Wer ist das denn hier jetzt hier? Guck dir das mal an. Chevy Truck. Das ist unser Actionradio. Von MC. MC Obstlein Actionradio. Der Silverado. Chevy. Das ist ein Truck. Guck dir das mal an. Wie geil ist das denn eh? Unglaublich echt. Und der Digi. Der Digi sitzt hier drinne. Und freut sich. In dem schönen Teil. Ich finde das geil. Das ist ein schönes Ding. Guck mal genau. Alles vom feinsten. Selbst für die deutschen Verhältnisse. Hier schon unten. Meteorograph eingebaut. Das ganze Ding. Ich finde das so herrlich. So ein geiles Teil. Also. Demnächst geht man es. Mit dem Teil und durch. Alle sind. Egal wo. So. Gucken wir uns das Ding mal von draußen an. Ne? Martin. Ja Martin du. Ich hab mir so eine kleine Rebotage mal über unseren Abschlepper hier. Über deinen Abschlepper den du restauriert hast. Das ist vom Peinsten. Das ist schon ne geile Kerl. Das ist echt ein schickes Teil. Ja. Schönes Ding. Das ist Old School. Und technisch einwandfrei. Hier High Pipes vom Feinsten. Das kennt man ja ne. Jo. Guck mal an. Das ist wirklich ein schönes Ding. Schöner Schlepper. Ja. Schön ne. Ja. Das ist schon was Feines hier so ne. Das ist absolut ein geiler Truck. Guck dir das an. Die Chrome Truck Spiele. Nur vom Feines hier. Das ist der Abschlepper. Der wieder in die Legende eingefallen. Jo. Feines Gerät. Völlig n dicken Diesel ne. Ist klar. Ja. 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 Da wird demnächst auch wieder einiges funktionieren sein. Ich bin mega. Da wird dieses Motorraden. Ja. Ich bin mega. Wast den Kopf in der Natur. Ich bin mega. Zähne. Ich bin mega. Das war alles. Die Traijer sind nicht richtig. Da wird das Auto geben. Wir holen auch ab. Auch einen schönen Gruß in die Staben an Bernd. Demnächst geht es los. Da geht es mal los, man. Bis bald, man.